Das heutige Opening wird sehr spannend, denn heute öffnen wir das letzte Mal Zenith der Könige. Das hier ist die Premium Figuren Collection mit Summer Center und Sechian. Und alles, was wir hier drin haben, ist einfach nur shiny. Von den Sleeves bis zu der Promokarte, hier drin schimmert einfach alles. Und dann gucken wir einfach mal, was in den guten Sechian drin ist, denn die werden wir heute öffnen. Und wer weiß, vielleicht ziehen wir heute einen von den vier Goldkarten, denn das ist die Karte, die ich unbedingt seit von dem ersten Mal, dass ich Zenith der Könige geöffnet habe, unbedingt sehen möchte. Und wir haben sie bis heute immer noch nicht gezogen. Aber ich würde erst mal sagen, schauen wir mal, was wir drin haben. So, das ist einmal die wunderbare Box, die super, super groß und sehr viel Inhalt hat. Wir haben eine Menge von Booster, wir haben Sleeves, wir haben eine Promokarte, ein Pin und sogar eine Figur, wo man auch merkt, dass es eine Premium Collection Box ist. So, der Karton kann weg. Das kann auch weg. Okay, wir haben sehr viele Sachen hier drin. Wir fangen erst mal an mit denen hier. Und zwar Sleeves für den Karten. Insgesamt sind 60 Hüllen, das heißt ein komplettes Deck passt hier auf jeden Fall rein. Sehr schön auch gestaltet, muss ich sagen. Definitiv mal was anderes. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit der Promokarte, die wir hier drin haben. Und zwar eine Sechian-Fullart-Karte in der Shiny-Variation sogar. Sehr schön. Also das nennt man auf jeden Fall eine Premium-Karte, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Dann haben wir unter anderem, wie üblich bei solchen Collections, das haut Pokémon sehr oft genug rein. Einmal ein Pin mit Shiny. Sechian hier einmal. Dann haben wir einmal die wunderbare Figur hier mit dem Schwert-Dog einmal hier. Sehr schön gestaltet. Hochwertig auch, muss ich sagen. Fühlt sich alles, ja, qualitativ hochwertig an. Nichts kann irgendwie abbrechen. Alles relativ aus weichem Gummi. Nee, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Statue. Aber jetzt ist die große Frage, hält das Ganze auch? Ja, die steht auf jeden Fall. Und natürlich hier ganz viele Packs von Zenit der Könige. Insgesamt elf Stück. Also auf jeden Fall mehr als in der Elite-Trainer-Box. Wir haben schon sehr viele Produkte aufgemacht. Die Mini-Tins, die ETB. Wir haben auch die Pikachu-Box geöffnet. Es war nie was Krasses drin. Nie eine Gold-Karte. Also ich würde sagen, heute ziehen wir das Ding. Ich habe Hoffnung. Ich habe sehr große Hoffnung. Sieh der Könige immer noch ein starkes Set. Ihr wisst, wir können hier immer noch alles ziehen. Mewtwo-Alternative wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre auch eine schicke Karte. Einer der teuersten Karten aktuell in dem Set. Aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Fastback-Magic. Schnappke einmal hier. Und schauen wir mal, was wir Gutes hier einmal ziehen können. So, Mau-Zinniger-Alternative gehen wir erstmal rein. Reverse. Und wir haben erstmal eine Non-Holo-Variation von Vulcarona. Leider nur. Aber ja, Leute, wir müssen uns leider abschieben eben hier. Das ist das allerletzte Mal, dass Zenit der Könige in einer Produkt-Variation rauskommt. Danach gibt es das nicht mehr. Danach kann man zwar trotzdem die Produkte kaufen. Aber es werden keine weiteren Produkte rauskommen. Das heißt, es ist wirklich das letzte Mal, dass hier das Pokémon Ganze produziert. Es ist halt die Frage, ob irgendwann auch mal ein Reprint kommt. Ich gehe mal davon auch stark aus, dass wir auch mal weitere Produkte mal wieder bekommen. Aber auch die Frage, ob dieses Produkt hier geprintet wird. Einfach mal schauen. So, wir gehen da mal mit dem Blaude-Guy. Uh, Sonnfell. Einmal hier am Start. Das haben wir auch schon oft genug gesehen im Opening. Aber immer noch eine sehr schöne Karte, muss ich sagen. Und wir haben noch mal hier eine Holo-Karte. Keine Rospa in der normalen Variation. Also ohne Pferd auch hier normalen Holo. Das ist noch mal ein gutes Booster, würde ich sagen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. No Joke. Das ist wohl, ja, das Produkt mit den meisten Packs. Also hier kriegt man wirklich vieles. Und wenn ihr auch Lust habt, könnt ihr gerne mal auch unseren Shop abchecken. Aktuell haben wir da auch die deutschen Produkte am Start. Link dazu ist in der Beschreibung. Und mal schauen. Vielleicht können wir heute mal die guten Collection. Wir machen heute nur eine auf. Ich meine, das sind 22 Booster. Das wäre ein bisschen zu viel, finde ich meiner Meinung nach. Also eine Collection-Box, die reicht auf jeden Fall aus für ein Video hier. Na. Und. Wer weiß. Vielleicht ziehen wir doch so gut, dass wir heute noch mal eine weitere öffnen. Wer weiß. Aber ich glaube, erst mal die Boost-Auswahl würde erst mal reichen. Aber hey. Stark. Dioxus. Sehr schönes Artwork. Finde ich super. Haben wir dahinter noch was? Oh. Oh. Professor. Hallo. Forschung des Professors mit dem guten Eiberimer hier. Sehr schön. Stark, stark, stark. Ja, das nehmen wir mit, würde ich sagen. Das ist eine gute Ausbeute. Wieder so ein Doppelpack erwischt. Ach, die liebe ich. Ah, die liebe ich wirklich. So. Vorher hatte man das immer in Error-Packs oder so. Aber. Guck mal, ist da wohl ein bisschen gegengekommen. Aber gut. Komm. Gehen wir weiter. Ihr wisst, die Goldkarten. Ich will heute noch eine sehen. Es kann nicht sein, dass wir hier keine Goldkarten. So viele Leute, die diese Produkte öffnen, kriegen eine Goldkarte oder Mewtwo Vista. Außer wir. Außer wir. Rettungsbox. Und wir haben jetzt nochmal den wunderbaren Affeneimer hier. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist das Pack. Das werden wir gleich zum Schluss öffnen. Das ist das goldene Pack, würde ich sagen. Pikachu, halt es bitte fest in Ehren. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Team Sechian oder Team Summer Center? Würde mich echt mal interessieren, welche Box ihr euch lieber holen würdet. Beziehungsweise, wo ihr sagt, boah, ich mag lieber das Schild, äh, Pokémon, also das Schildhühnchen oder das Schwerthühnchen. Ist auch so bescheuert, dass die ein Schwert haben und der eine hat ein Schild. Aber gut. Pokémon-Ideen. Die aktuelle Generation ist ja jetzt auch nicht nur die beste, würde ich mal so sagen. So. Mr. Krabs. Gehen wir weiter hier. Mirabla. Und Kairoge noch mal als V. Nehmen wir auch mit. Immer noch mit dem besten Lächeln, was ein Pokémon drauf hat. Ach, Kairoge. Sehr schön. Aber bisher auch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ja, es kann noch besser werden. Aber mal schauen. So. Wir machen wieder ordentlich einen Trick hier einmal. Gehen mal rein. Letzte Karte hier zum Schluss. Mit deiner Kampfenergie ist schon mal ganz gut. So, dich hatten wir eben schon. Sonderbonbon. Luxio. Wir gehen hier weiter. Scheinux. Pantimos. Skala-Variation. Sonnenkern. Sonnenkern-Reverse. Auch ehrlich. Ah, Xerox. Wieder Non-Holo-Karte. Fünf Packs. Let's go. Kann sagen. Also ich werde ausrasten. Also von daher schön aufpassen. Ja, wie gesagt am Anfang. Haltet euch fest. Es wird ein sehr spannendes Opening. Blitzenergie nehmen wir mit. Starlock einmal hier. Freude aus Zino. Duflor. Scheinux. Weimar. Gefolgt von Pokeball. Den packe ich mal zur Seite. Der ist gar nicht mal so schlecht für mein Deck. Mr. Krabs. Und die Reverse. Und jetzt aber. Jan Mega. Ah, Mann. Ah. Im Gedanken habe ich die ganze Zeit. Komm, das nächste Pack. Hau jetzt jetzt rein. Komm. Und dann dem nächsten. Haut wieder rein. Aber das Set. Weiß ich auch nicht. Komm. Das ist das letzte Mal, dass ich dich hier jetzt öffne. Sollte doch hoffentlich jetzt noch was Gutes rauskommen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Die Kotkatze. Sehr komisch aus. So. Pflanze einmal hier. So. Die Trainingsschuhe. Die brauche ich jetzt auf jeden Fall. Scheinux. Pam, pam. Schnäppke. Und Tangela noch einmal hier. So. Die Energiesuche. Hast du was dahinter, bitte? Bitte, bitte, bitte. Also jetzt ist es. Also no joke. Zenith, der Könige hasst mich. Es hasst mich. Es will mir einfach nichts gönnen. Haben wir die Xerox schon? Eben hatten wir doch Xerox, ne? Wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass wir eine Non-Holo nach der nächsten Non-Holo bekommen? Und danach noch das gleiche Pokémon. Also das ist ja Zufall ohne Ende. Es wäre genau so, ich ziehe jetzt hier nochmal kein OGV. Am Ende wird es so sein, dass ich das jetzt hier nochmal ziehen werde. Also wünsche mir einmal wirklich. Ihr müsst mir Glück wünschen, Leute. Ich wünsche mir einfach kein Glück. Das ist auch der Grund. So. Ach, wir gehen hier. Also irgendwie hat die Box was Doppeltes. Ich weiß nicht warum. Okay, danke. Jetzt habe ich nochmal die Oxys. Vielen lieben Dank. Und jetzt gib mir nochmal. Ne, ne. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist mein Leben manchmal so schrecklich? Hey, wir haben doppelte Karten. Hurra. Ich habe Glück, Leute. Ich habe Glück. Wisst ihr das? Also bei keinem anderen habe ich das jemals gesehen, dass wir zweimal sogar die Variation ziehen mit einer Holo und einer, ja, Gala-Gallery-Karte. Alter Schede. Also ich habe manchmal echt Glück, muss ich sagen, ne? So. Das ist jetzt das vorletzte Pack. Pikachu drüben hat noch eins. Wir hatten ja schon mal Situationen, wo ich das Pikachu gegeben habe und Pikachu hat. Ja, da war was Gutes drin, ne? So. Gehen wir rein. Vorletztes Pack. Wehe, da ist schon wieder. Wehe, da kommt jetzt Forschung des Professors oder sowas ähnliches, ne? Da wird es wirklich das allerletzte Mal sein, dass ich dieses Head öffne. So, Piperanze einmal hier. Mauzi. Energie zu gewinnen. Scheinnox. Vierer nochmal als Reverse. Aber zumindest nochmal Ramoth, den wir auch schon gezogen haben. Als Non-Holo. Kommen wir zum letzten Pack, Leute. Das letzte Pack. So, jetzt müssen wir uns aber alle mal gut festhalten. So. Arzois. Dialga. Paiqir. Geratina. Irgendeine Goldkarte. Bitte. Witzig. Ich mache doch schon so viel für euch. Ich mache doch schon so viel bei Zinit der Könige auf. Das kann doch nicht wahr sein. Aber seine Energie hatten wir heute noch gar nicht. Das ist, das ist wirklich gut. So. Und wer kommt jetzt Kallioge dann? Dann breche ich sofort das Video ab hier. Rettungsbox einmal hier. Jurob. Trank. Stadionior. Mr. Krabs. Die Energiesuche. Ja, die Arzheitssuche. Ah, immerhin nochmal eine Strahle. Immerhin nochmal. Passend zu der Box auf jeden Fall. Akub. Als Strahle. Sehr schön. Und die letzte Karte für den heutigen Tag. Für das letzte Opening von Zinit der Könige. Ist. Einsarode Holo. Alles klar. Okay. Das heißt, ich werde nie die Goldkarten sehen werden. Vielen lieben Dank, Pokémon. Danke, danke. Freunde, das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ein Abo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Euer Sebastian. Ciao, ciao. Und bye, bye.